Der Aufgelöst Kevler geht die Bühne, verlegt. Kevler kommt nicht hinterher, Friars nimmt sich den Dreier und trifft den Dreier. Ein von zwei. Carlo gibt sich auch einfach ein ganz interessanter Spielertyp. Macht manchmal Dinge, da raufen man sich die Haare. Friarsen, boah, und wenn die Spiele im Einsteller-Ereferenz oder auch unter 5 ausgekackt sind. Das war Carlo Bezic wieder. Das darf dir nicht passieren. Natürlich sucht die Friars erst mal, Friarsen. Ah, der Friars lebt. Wir hatten noch eine Auszeit. Aber er ist so. Du darfst jetzt nicht schießen lassen, natürlich. Ah, ein kleines Hesitationsspiel. Ich krieg auch auf. Es war auch ein D type für den Versuch. Aber er hat uns so lieb. Wie würde man lassen, wenn du wieder steigst? Ich folge ihn. Sobald wir wissen, dass ich jetzt hoffet mich denn, das haben wir auf das Hauptgespräch schon gesagt, die Energie ... In der Sommerzeit ist es so ein bisschen durch. Wir können sich als Schreck und preis streiten. Und das ist ein bisschen der Fall, es werden wir sehen und Matt Freier kommt jetzt zu sein rein. Leider wieder. Und das ist ein bisschen der Fall, es ist ein bisschen der Fall. Und das ist ein bisschen der Fall, es ist ein bisschen der Fall. Und das ist ein bisschen der Fall, es geht auch alleine. Es geht auch alleine, es geht auch alleine. Und das ist ein bisschen der Fall. 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 Und das haben wir ja heute auch schon etwas gesehen. Und das ist ein bisschen der Fall. Und das ist ein bisschen der Fall. Und das ist ein bisschen der Fall. Der hat noch wesentlich mehr drauf, Frierson und der Kapp. Den lassen sie liegen, die Tür bleibt offen für Bremerhaven. Schröder wollte das Foul, Frierson für 3 und dann... In jedem Verständnis passen die Eisbären, den Ball und den Kraft weiter. In dem Wissen und den Platz neun, dass dadurch nicht... Ist aber in jedem Fall in Ordnung, Schiris lassen sich die laufen. Schöner Pass von Sie, wenn wir noch Frierson. Ja, er hatte dann noch Respekt vor Fugitschgen-Stecker und am Gewege 7-7 hier. Und dann ist es der schöne Block. Und... Wett! ...und dann ist es wie ich dann ein bisschen der Entscheidung zu tun. Einfach mit dem Frierson weglassen. Ja, 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 ja. Dass wir mal gespannlich klimahaft ist, jetzt machen wir die nächsten 4 Minuten. Ja, 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 ja. Die Offenziele schon mal ganz schön gut. Ja, 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 ja. Hier den Ball unter den Korb vertendelt und... ...Zumov Kalsowitsch mit einem schnellen nach vorne Stürmen. Ja, 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 ja. Auch da relativ frei mit dem Eintritt. And幫 wir jetzt am Grund! Und... ...versenkt doch mal Eintritt 2! Zwei weitere Punkte gegen Kreis Gehren, Die Freibufbrude muss sich auch erstmal stürmen und der ist hier von Breitlauf Feuerschuze breCH! Ja, 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 ja. Fett verwischt und ich seh gerade den Hinweis aus dem Chat, vielen, vielen Dank! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Aber Eisgren haben immer gute Lücken. Nochmal ordentlich Zeit von der Uhr auf Friars nächster Versuch. Eigentlich seine Position und da hat er gut gearbeitet. Kreischowitsch. Aber ich glaube, nochmal eben ganz kurz abschließend auf das Rebound-File ranzukommen. Jetzt Friars mit dem nächsten Ratsch. Kreischowitsch, Freeman, Freitlauf. Kreischowitsch. Und Freier. Ah, schöner Tipp. Hier. Ah, das. Daniel Neuer hat in der Partie, falls wir es noch nicht erwähnt haben. Um hier nochmal eine Wendung reinzubringen. Und dann ist es Freier. Wir waren so ein bisschen die Achilles-Ferse der Turinger. Ja, in der Erd. Was da noch? Ach, hier. Wir haben zwei Facken-Finger mit dem nächsten. Oh, vielleicht hätte ich ihn jetzt gefragt, Kenneth. Wie siehst du das? Sieht schon nach Abstiegskampf auf. Die Schreiber beantwortet ich mir einfach selbst. Es ist noch nicht so. Es ist noch bei Lieber und Klick gegen eins. 3er und das war klar. Zack. 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 Ah, Freeman, frei in der Corner. Zack. 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 Zack.